Ich erkläre euch jetzt ein paar bayerische Basics zum Beispiel. Wie sagt man Hallo, wie sagt man Tschüss, wie sagt man Danke. Zum Hallo sagen kann man sagen Servus, grüßte, grüßt gut, wenn man höflich sein will. Also ich sag trotzdem, wenn ich meine Freunde sehe, sag ich nicht Servus oder grüßte, sondern sag ich trotzdem Hi. Zum Verabschieden kann man sagen, pfiatte, pfiatte gut, auch wieder Servus, moch's gut, tschau, ganz normal sag ich jetzt auch immer tschau zu meinen Eltern, zu meiner Familie und so. Guten Appetit, guten. Oder wenn es Mittag ist, Mahlzeit, das kann man auch zur Vergrüßung sagen. Ob das jetzt unbedingt bayerisch ist, weiß ich jetzt nicht genau. Wenn ihr noch bayerische Wörter, die ihr wissen wollt, Leute, schreibt es mir in se Kommentare oder hier rüber.